Ich habe hier eine Kamera und hier unten eine Kamera. Die unten Kamera ist Brunaraufnahmen. Oh, reingeschaut, Opfer. Paul mag dick? Ja, ich mag dicke Kartoffeln. Oh! Ja, wenn man jetzt meine Nachbarn hört, ich meine immer nur, oh! Dann denken die auch, was macht denn der in der Küche? Was macht denn der in der Küche und warum frittiert der jetzt? Hey, warum frittiert der jetzt was? Ist der behindert? Oh! Ich soll dieses Geräusch lassen, oder? Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Gut, dass ich als Nachbarn nur meine Tante habe. Meine Tante und meine Opa. Meine Tante und meinen Opa. Ja, gutes Deutsch. Sprachen lernen, Bubble. Die werden sich schon denken, okay, ich habe den als Kind zwei, dreimal fallen lassen. Das Thema ist erledigt. Also, wunderschönes Kalb. Frisch. Heute stand es noch auf der Weide und hat Gemut. Und jetzt ist es tot. Außen messen mit Geodreieck. Das nächste Mal. Das nächste Mal, wenn ich irgendwas schneide, messe ich es mit Geodreieck. Ich will meine Eltern ja nicht benachteiligen. Geht ja schon gut los, ey. FBI, open up! 5 Euro Dono und du haust dir auf die Hand. Jo, mach ich direkt. Sobald die 5 Euro Donation drin ist, hau ich mir mit dem Hammer auf die Hand. Ein paar Sekunden später. Pasi, der spendet 5 Euro. Geiler Typ. Ach, Pasi, du bist echt ein Geiler. Das sind wirklich Millimeter-Schnitzel. Also, das ist, äh... Was willst du sagen, Enno? Gar nichts. Was willst du jetzt damit sagen, Freundchen? Ich will gar nichts damit sagen, überhaupt nichts. Ich muss hier 5 Euro Doni machen, warte. Ach, das war zu fest. Aua. Spaß. Ach, was ist mir denn alles, wie 5 Euro macht? Grill den Paxen. Paxen, die Welt schmeckt nicht so gut. Ich rauche so viel, ich habe bestimmt ein schönes Räucher-Aroma. Oh Gott, der war schlecht. Wo ist die Affiliate-Link für die Teller? Ja, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die sind, die haben meine Eltern, das war doos, dass ich das Ei geholt habe, äh, ja, Villaroy im Boch. Ich glaube, die haben meine Eltern zur Hochzeit bekommen oder so. Also, es ist ja Mama viel wert. Wenn ich da so ein Zeiler kaputt mache, ausziehen oder knast? Gibt es zwei Optionen. Jetzt haben wir frittierte Finger, die gehen jetzt einfach so in die... Pasi, wie viel spendest du, wenn ich die einfach so in die Fritteuse reinmache? Sollte es mir eigentlich Angst machen, dass das Coffin-Meme als Lied, gerade in meinem Stream läuft, während ich mit Messern hantiere? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Kann mir nichts passieren, ne? Pasi, ich schreibe zwei Sek Katze, war das Beste vom Team bisher. Mal sehen, was war damit, dass er sich auf die Hand geschlagen hat, also das ist, äh... Eine Bank-Gelnung. Na gut, dafür wurde er auch bezahlt, also von daher. Das sieht doch bombastisch aus, oder? Was ist Soldaten? Nein.